Hey, yo, hallo, meine lieben Dramadetectives. Schön, dass ihr am Start seid, hier auf dem Kanal Inkev. Ich hoffe, ihr habt schon ein Abo da gelassen. Man muss ehrlich sagen, der Kanal, da geht gerade richtig gut ab. Real Talk, wir sind einfach vor 17.000 Abos. Und ich habe den Kanal für euch jetzt so richtig aktiv, so knapp seit einem Monat. Und es ist wirklich krass, also die Resonanz ist überwältigend. Vielen Dank für den Support, danke auch für jeden, der in die Kommentare schreibt. Ich lese mir for real jeden Kommentar durch, aber mit dem Antworten ist immer ein bisschen schwierig, weil ich habe noch einen Hauptkanal, wo jetzt alle zwei Tage, alle drei Tage Videos hochkommen. Da muss ich immer alles dann kommentieren. Das ist ein bisschen schwierig, deswegen habt ihr bitte Nachsicht. Aber vielen Dank natürlich, dass ihr so auch interagiert. Ja, das ist sehr, sehr ehrenwert, freue ich mich sehr. So, wir kommen zu einem Video, das heißt, die Aline-Bachmann-Pferdesituation ist noch trauriger. Ich kenne tatsächlich das richtige Video, irgendwie nicht so richtig. Ich habe hier schon mal ein bisschen reingeskippt. Und irgendwie hat Dramadetectives schon mal ein Video zu dieser Pferdesituation gemacht. Aline-Bachmann hat scheinbar ein Pferd sich geholt und wollte es halt wieder direkt verkaufen. Kaufen und dies, das, andern, das war alles ein bisschen schwierig und hat sich nicht so gut drum gekümmert. Was weiß ich. Dramadetectives sagt jetzt auch noch was dazu. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Aline-Bachmann ist es so, du denkst, es ist medial schon alles schlimm genug bei ihr und schlimmer kann es nicht mehr werden. Dann kommt aber immer wieder, da kommen neue Informationen raus und sie scheißt noch mehr rein. Also es ist mir ein absolutes Rätsel, wie sie so sein kann. Aber wir gucken uns das jetzt an, weil ich kenne jetzt nicht den ganzen Inhalt. Ich kenne die ersten zwei Minuten ungefähr. Und dann, let's go. Hi Detectives. Wir machen das einfach mal ein bisschen schneller, weil ich habe gemerkt, es ist ein bisschen zäh gesprochen. Und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Episode von Dramadetectives. Wobei, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Eigentlich geht es um eine Klarstellung, beziehungsweise eine Richtigstellung. Sorry dafür, ich muss etwas zum Thema Aline-Bachmann klarstellen. Mir ist da ein Fehler unterlaufen. Danke auf jeden Fall an alle, die mich darauf hingewiesen haben. Und genau, deswegen dieses Video, um das nochmal richtig zu stellen. Das ist natürlich nicht meine Absicht gewesen. Und es waren einfach die Umstände. Ich war wieder nicht zu Hause. Auf Instagram habe ich auch schon mit euch geteilt, dass ich da meine... Okay, ich gucke mal, wann es losgeht. Weil das Problem ist jetzt, ich will jetzt nicht die Umstände verwechseln. ...der Pferde verwechselt. Das war das Problem. Okay, ja. ...höriger als das, was ich letztes Mal gesagt hatte. Denn ich hatte zwei der Pferde verwechselt. Das war das Problem. Ich habe das ehemalige Rennpferd mit dem Friesen, den sie gekauft hat, verwechselt gehabt. Und der war kein ehemaliges Rennpferd. Aber die Tatsache, dass dieser ebenfalls Schmerzen hat und dann sogar noch dasselbe Pferd ist, dass Aline Bachmann ja, wie ich dann im letzten Video auch gesagt habe, jetzt auch wieder verkauft. Macht es ja noch trauriger. Das heißt, sie hat dieses Pferd angeschafft, hat es nicht super gut behandelt. Und nun scheint sie irgendwie es als wertlos oder nicht wertvoll genug zu betrachten und will es wieder loswerden. Aber bevor wir zu mehr zu dem Thema kommen, weil es haben sich auch so sehr viele Leute noch... Zeig ich nicht. Du holst dir ein Pferd und nach ein paar Wochen ist das wie so ein Produkt, das musst du wieder weggeben. Du hast praktisch schon wie eine Bindung aufgebaut zu dem Pferd und willst das dann verkaufen oder wie. Wirklich, Aline Bachmann verstehe ich zu 0%. Wir werden jetzt gleich dazu kommen. Ich finde das krass. Ich finde es wirklich krass. Mit anderen zusätzlichen Infos gemeldet, lese ich kurz mal die Nachricht vor, die mich hier richtig gestellt hat. Moin Detective, du hast leider was durcheinander gebracht mit den Pferden. Das ehemalige Rennpferd ist ihr erstes Pferd, hellbraun, Vollblüter. Das zweite Pferd, was sie sich gekauft hat, ist der Friese Schwarz, der in dem Video zu sehen ist. Der Friese sollte als Beispielpferd dienen. Sehr schwieriges und ängstliches Pferd, was sie bei Ebay aber anders beschreibt. Sie soll es jetzt innerhalb vier Wochen ausgebildet haben, never ever niemals. Zumal das Video erst vor drei, vier Wochen aufgenommen worden ist. Der schwarze Friese aus dem Video kann nicht geritten werden. Also, ich habe das jetzt so, nicht in Erinnerung, sondern ich deute das jetzt so. Aline Bachmann hat sich ein Pferd gekauft, hat das jetzt ausgebildet, nach vier Wochen fertig ausgebildet, was wahrscheinlich eigentlich im Zeitraum von Monaten entspricht oder im Jahr oder was weiß ich, wie viel das ist. Und möchte das jetzt, weil es jetzt ausgebildet ist, wahrscheinlich noch teurer verkaufen. Wie ein Produkt also. Also, das ist wie wenn, das ist wie, ich kaufe mir eine kaputte Playstation, dann repariere ich die Playstation und verkauf es teurer. So in der Art. Bloß halt mit einem Pferd. Also, ich meine, das ist ja, vielleicht ist das sogar gang und gäbe. Aber nach vier Wochen, wenn du eigentlich weißt, dass man in vier Wochen kein Pferd so ausbilden kann. Keine Ahnung, auch für das Pferd, das tut mir leid. Ich meine, das Pferd, das hat auch da eine Bindung irgendwo zu dir. Ne, vier Wochen ist ja schon ein Zeitraum, wo man sagt, ey, das gewöhnt sich an dich. Und dann will sie das direkt verkaufen wie so ein Produkt. Ja, also keine Ahnung, man. Ich verstehe es nicht. Jetzt erst kapiert und genau deswegen will sie ihn so schnell wie möglich loswerden. Und dann hat sie ja noch ein drittes Pferd, eine Stute. Das ist mir bekannt, allerdings hatte ich über die noch nichts gesagt gehabt, weil ich da auch gar keine näheren Infos habe. Viele haben ja die Vermutung, dass sie diese Stute hat, weil sie Nachkommen produzieren will, die Pferde vermehren will. Es gibt auch so schon genug Pferde, ohne Witz. Und dann speziell auch noch jemand, der halt offensichtlich nicht so viel Ahnung hat, weil ich meine, die Aufnahmen, die wir sehen, dazu komme ich aber noch gleich, da waren sich alle einig, dass das, was man sieht, nicht gerade schön ist. Auch dieses Pferd darf nicht geritten werden. Es soll als Beispiel Pferd dienen. Sie reitet das dennoch und sie will ein Fohlen von diesem armen Pferd, um Geld zu machen. Genau, das ist eben die große Vermutung, dass sie da ein Fohlen haben will. Also nochmal kurz. Also sie, also sie sieht das als Geschäftsmodell, dass sie dieses Pferd hat oder die zwei Pferde hat, damit die ihn Fohlen machen, damit sie das Fohlen für teures Geld verkaufen kann. Ja, es ist halt, keine Ahnung, wie gesagt, ich finde, das hat nichts mit Tierliebe zu tun, wenn du nur auf das Geld aus bist und das Tier dahinter gar nicht wertschätzt. So, ich weiß nicht, wenn ich mir mal so meine Katze angucke, denke ich mir auch so, ey, du hast eine Katze, dann musst du dich doch auch um die Katze kümmern, du musst dir Liebe schenken, ja. Ist ganz wichtig, einem Tier Liebe zu schenken, die kriegen das ja auch mit, ne, und die geben dir ja auch was zurück. Gerade auch, ich kenne auch Leute, die haben Pferde und so, die kümmern sich da mit Herz und Seele drum, ne, die lieben die Pferde und die geben auch was zurück, die Pferde, ne. Und ich weiß nicht, ob das bei Aline Bachmann auch der Fall ist, ne, dass sie auch den Pferden Liebe zeigt und dass die Pferde dann vielleicht auch ihr Liebe zurückgeben, aber keine Ahnung, wenn du es direkt so kommunizierst, dass du es nach vier Wochen wieder weghaben willst, das ist doch voll Kacke. Ich weiß, ey, keine Ahnung, Mann, ich finde das nicht geil. Ich weiß nicht, ob das gang und gäbe ist bei so Leuten, die Pferde ausbilden oder züchten oder keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß nicht, ob das gang und gäbe ist, aber von außen her klingt das immer irgendwie nicht schön, zumindest nicht tierlieb, ne. Zusammengefasst, mein Fehler im letzten Video war, dass ich dachte, dass das Pferd in der Aufnahme, das ich euch gezeigt habe, das ehemalige Rennpferd war, allerdings war es nicht das ehemalige Rennpferd, sondern den Friesen, ihr zweites gekauftes Pferd, weil die Stute hat sie nämlich als zweites gekauft, genau. Und ja, dieses Pferd hatte sie nur ein paar Wochen, man sieht in der Aufnahme, dass es diesem Pferd nicht gut geht. Ich habe ja auch gesagt, ich bin kein Pferdeexperte, aber selbst ich kann erkennen, dass es dem Pferd nicht ganz wohl ist. Und super viele von euch, die sich da mit dem Thema auskennen und auch Leute, die vielleicht gar nicht von dieser Community jetzt stammen, sondern aus der Pferde-Community hier rüber geschwappt sind, haben ebenfalls Kommentare dazu abgegeben. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe nicht einen einzigen Kommentar gelesen, der was anderes gesagt hat. Wirklich alle Leute waren sich einig, dass das Video zeigt, wie ein Pferd nicht gut beritten wird, dass die Reittechnik schlecht ist und dass das Pferd definitiv Schmerzen hat, dass es dem Pferd nicht gut geht. Und durch die Richtigstellung finde ich das Ganze ja tatsächlich noch trauriger, weil das heißt, sie hat sich ein weiteres Pferd geholt, das nicht beritten werden kann. Wahrscheinlich hat sie einfach die kostengünstige Variante in dem Sinne gewählt. Also ich weiß nicht, wie das jetzt preistechnisch alles ausschaut. Ich würde nur persönlich auf jeden Fall vermuten, dass ein Beistellpferd dadurch, wie Pferde genutzt werden, wohl die kostengünstigere Alternative wäre. Wobei es ja nicht wirklich eine kostengünstigere Alternative wäre, denn dieses Pferd sollte überhaupt nicht beritten werden. Aber ja, sie dachte, vielleicht kann sie sich so billig ein Pferd holen und will es jetzt trotzdem reiten. Und diesem Pferd geht es offensichtlich nicht gut, da waren sich alle einig. Und jetzt hat sie das wohl gecheckt und will dieses Pferd wieder abschieben. Viele, die auch die Sache mit diesem Pferd... Soll das jetzt wirklich der Fall sein? Also sie hat sich nicht darüber informiert, dass das Pferd eigentlich nicht beritten werden darf. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das heißt, sie holt sich ein Pferd, das kostet ja auch ein paar tausend Euro bestimmt. Sie holt sich ein Pferd und es darf nicht beritten werden, will es jetzt deswegen wieder verkaufen. Ey, das arme Pferd, wirklich, das arme Pferd, was das für ein Stress ausgesetzt ist. Wieder neue Location, neue Menschen kennenlernen. Sie kann sich nirgendwo dran gewöhnen, so. Das ist wie das letzte Rad am Wagen, was dann am meisten darunter leitet. Also keine Ahnung, man. Ich weiß nicht, ich finde es traurig. Ich finde den Umgang, finde ich einfach sehr traurig, wenn ich das so mitbekomme. Friesen schon länger mitverfolgen, sagen auch, dass er psychisch irgendwie einfach sehr nervös ist und dass er halt einfach mehr Geborgenheit braucht, unterm Strich. Und sie seinen Charakter vollkommen falsch darstellt und dass eben, wie ich auch im letzten Video bereits vermutet hatte, der Zeitraum für die Ausbildung überhaupt nicht ausreicht. Also ich wollte das nur nochmal richtig stellen, weil das, wie gesagt, mein Fehler war. Also sehe ich das dann auch in meiner Verantwortung, das auszubessern. Und am Ende des Tages kann ich halt jetzt, um nochmal vielleicht meinen Senf zu dieser Situation dazu zu geben, nur sagen, ich finde es super traurig, dass wir mittlerweile wissenschaftlich bewiesen an dem Punkt sind, dass wir wissen, dass so viele Tiere so ein komplexeres Denken und auch emotionales Empfinden haben, als man ihnen bisher immer zugetraut hatte. Wir wissen mittlerweile, dass super viele Tiere Namen füreinander haben, sich an Dinge erinnern können, leiden können, Emotionen haben, sich über Freunde freuen, Angst haben, Schrecken haben, sogar traumatisiert werden können. Ich meine, speziell Leute, die schon mit dem Tierschutz zu tun hatten, wissen, sehr gut, dass Tiere so eine komplexe Psyche haben, dass sie wirklich, vielleicht nicht unbedingt ganz einem erwachsenen Menschen entsprechen, aber bei verschiedenen Tieren geht man ja sogar bis zu einem Alter von zehn Jahren oder sowas aus, von einem Kind, von der Denkweise her und von der emotionalen und auch geistigen Komplexität. Und wir würden Kindern sowas nicht antun, aber Tieren finde ich super traurig, ich finde es super traurig, wie dieses Tier anscheinend wirklich mehr Zuwendung braucht, auch körperliche Probleme hat und das aber einfach so objektifiziert ist, dass einfach gesagt wird, okay, das bringt mir nichts, das hat Schmerzen, soll jemand... Ja, das ist wirklich wie so ein Produkt, was du gekauft hast, wo du merkst, ey, war ein Fehlkauf, ich möchte es wieder weg haben. Und dann wahrscheinlich noch für einen teureren Preis, ne, ich kann mir Aline Bachmann so vorstellen, wenn sie so, sie kauft sich das, merkt so, ah, scheiße, ist nicht das Pferd für meinen Nutzen, so, komm, ich verkaufe es noch teurer, damit ich wenigstens ein Plus gemacht habe. Also, ich weiß nicht, die Frau ist wirklich alles, was du hier mitbekommst, sämtliche Informationen, die man hier mitbekommt, ist einfach nur noch ein Trauerspiel, wirklich, Real Talk, also da, keine Ahnung, Mann, ich kotze, wenn ich sowas sehe, ist ein richtiges Armutszeugnis. Und anders sich darum kümmern, ist mir doch egal, anstatt dem Lebewesen zu helfen, allgemein bin ich sowieso der Meinung, keinem steht zu, einfach irgendwie ein Haustier oder irgendwas zu haben, so, das ist halt ein Privileg, man muss, wenn man das auf sich nimmt, auch dafür sorgen. Dasselbe denke ich mir, ehrlich gesagt, auch bei Kindern, okay, das wird jetzt vielleicht eine Diskussion auslösen, aber ich denke, auch Kinder kriegen sollte ein Privileg sein und nicht einfach etwas, was man macht. Gefühlt 50 Prozent der Leute, die Kinder haben, sollten vielleicht keine haben. Das Ganze sollte irgendwie, meiner Meinung nach, egal, worum man sich kümmert, ob... Also, ich feiere das gerade eben, also, ich meine, das, das weiß man als YouTuber und so, ne, also, keine Ahnung, echt, das ist auch kein Vorwurf, aber man merkt jetzt so, die gewählten Worte, die jetzt gerade eben kommen, die sind dafür da, dass man über acht Minuten kommt, ja. Was jetzt auch kein Problem ist, ich habe damit wirklich kein Problem, aber man merkt auf jeden Fall jetzt, ja, doch das Thema, das Thema noch generell angesprochen und, ja, auch bei Kindern ist es so und Pferde denken so und dies, das anders. Es geht schon gar nicht mehr um das Thema, aber, äh, ja, also, ich, ich kann's, ich kann's nachvollziehen, ne, gerade im Dezember, da schmeckt das noch ein bisschen mehr, aber unter mehr Werbung schalten kann. Ein Kind ist, ein Tier ist, ein, ein alter Mann, keine Ahnung, vielleicht machst du einen auf King of Queens und nimmst deinen alten Mann bei dir zu Hause auf, aber sobald man sich die Verantwortung für ein anderes Lebewesen, das empfinden kann, generell auflädt, finde ich, ist es schon in deiner Verantwortung, dann auch zu sagen, auch in schlechten Zeiten muss ich da helfen und mich drum kümmern und nicht einfach jemanden fallen lassen, sobald dieses Etwas, dieses Lebewesen nicht so performt, wie ich will. gilt in allen Bereichen, ob es jetzt ein Pferd ist, das du nicht bereiten kannst, ob es jetzt vielleicht ein Hund ist, der irgendeine Verhaltensauffälligkeit bekommt. Okay, okay, es geht jetzt immer ums Allgemeine, ja, aber an sich ein gutes Video auf jeden Fall, gibt auf jeden Fall ein Like dafür. Ich muss ehrlich sagen, ich blicke hinter Aline Wachmann, blicke ich schon gar nicht mehr so richtig dahinter, ich weiß absolut nicht, was ihre Intention ist in ihrem Leben, ja, was ihre, wirklich, was ihre Lebensintention ist, das macht mich alles ein bisschen fertig. Ich wünsche ihr auf jeden Fall trotzdem einfach nur gute Besserungen, weil das ist das, was ihr auf jeden Fall nötig habt, bei dem, was man so mitbekommt. Und, ja, gutes Video, checkt das Video von Drama Detective aus, der Link dazu ist direkt oben in der Beschreibung. Und schön, dass ihr mich hier immer so fleißig unterstützt. Liebe geht raus und damit haut rein. Ich denke an das Wänchen, euer Alpha Kevin und ciao. Ich denke an das Wänchen, ich denke an das Wänchen.